Hallo ihr lustigen Flugzeugträger und Kampfjet-Fans da draußen und herzlich willkommen hier im südchinesischen Meer von Carrier Deck bei der Operation Quicksand. Wir haben hier als Mission uns auf amphibische Operationen vorzubereiten und wir müssen anscheinend auch noch andere Flugzeuge irgendwie aufmunitionieren bzw. aufrüsten und wahrscheinlich wieder wegschicken. Ähm, angeblich soll auch die feindliche Luftwaffe hier aktiv sein und wir haben hier, so wie es aussieht, neue Flugzeuge bzw. Helikopter. V-22 Osprey wird auf jeden Fall kommen, dann haben wir Super Hornets und Harrier. Oh yeah, und hier sehen wir schon ein paar Harrier. Sweet. Warte mal, euch mach ich mal grün, grün. Äh, ich möchte eine rote und eine blaue Aufklärung gleich hier haben. Äh, ich mach mal das hier so, weil ich nicht genau weiß, was für eine Art von Dingens kommen wird. Rot und blau. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Das ist das Problemchen. So, hoch mit euch. Ihr müsst schön abwechseln, damit die sich nicht gegenseitig im Weg rumstehen. Oder zumindest noch minimalistisch im Weg rumstehen. So, Harrier-Aufklärung, Wasser-Aufklärung. Das ist die Harrier. Da landet gleich was. Äh, auch wenn es an mir geht. Auch hier möchte ich ein bisschen was sehen. Auto 206, Request Landing. Äh, die mach ich mal rot. Hier hab ich grad echt keinen Platz, ey. Mach ich auch rot. Warte mal, dann tue ich mal die grünen da hin. Dann hab ich den Platz hier. Post kommt. Dann kann ich nämlich die jetzt da gleich hinstellen. Da kommt, ist das so ein Osprey, glaube ich. So ein Osprey-Helikopter, ich bin mir nicht ganz sicher. Da bin ich nicht so sattelfest, muss ich zugeben. Oh, no. Äh, die mach ich grün. Ein feindliches Flugzeug. Super Hornet. Super Hornet. So, den können wir jetzt hier gleich auf die Startbahn schicken. Genauso wie auch den da, weil die werden hier gleich durch sein, die zwei Kollegen. Ich mach hier schon mal ein bisschen Platz. Weil die Harriers, die landen nämlich auf den Helikopter-Landeplätzen. Darauf muss man gefasst sein. Seht ihr, was ich meine? Ach, da kommt ein U-Boot. Da kommt ein U-Boot. Und da kommt auch schon das erste Dingens. Jetzt weiß ich, was für eine empfiehliche Operation wir haben. Der will wieder runter. Der Harrier landet hier, der Harrier landet da. Was grün ist. Da kommt wieder sowas. Ach, du ahnst es nicht. Sag ich mal, dass du das hier mal schnittst. Äh, was rot ist. Das Timing hier. Boah, da kommt schon wieder so ein Scheißteil. Ich muss schnell Platz schaffen. Sonst kriege ich den nämlich nirgendwo unter. Der kommt da nicht raus, ernsthaft. Der kommt da nicht raus. Das ist Scheiße. Hostile Target detected. Wieso kommt der da nicht raus? Das finde ich gerade richtig kacke. Okay, wir haben keine von den blauen Lungen. So, jetzt kann ich das machen. Rotog 76, Mission confirmed. Corporate 18, Mission ready. Was für ein Schlag auf Schlag hier. Boah, nochmal so ein grünes Teil. Okay, ich mach dich hier grün. Und den kann ich ja nicht auch munitionieren. Wieder ein Flugzeug. Wieder ein Flugzeug. Ich bin mega konzentriert gerade eben. Was? Ach du Scheiße. Jetzt muss ich so ein... Starten lassen. Ah. Das kann ich gar nichts machen. Das ist kacke. Jetzt habe ich überhaupt keine Aufklärung auf blau. Ist zwar noch nichts gekommen, aber das will nichts heißen. Nochmal Platz, so komisches Teil. Die Heli habe ich ja auch noch. Moment. Natürlich ist das ein Boot. Tiger 803, Request Landing. Hostile Aerocross, Detektiv, Mission Prep. Control 206, Militärkraft. Procedure Aerocross, Detektiv 407, Mission ready. Lalalalalalala. Das Leben ist total einfach. Ach du Scheiße. Jetzt geh doch weg, ey, du blödes Teil. Kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, du sollst... Boah, ey. Ja, ist klar. Ist klar. Seid euch alle gegenseitig im Weg. Junge. Geht... Ey, jetzt blockieren die sich hier gegenseitig und ich kann dieses blöde U-Boot nicht angreifen. Ja, ist klar. Noch einer. Ach, komm, ey. Ach, komm, ey. Jetzt kriegen wir halt diesen Scheiß-Hit. Ja, komm, ist mir jetzt egal. Ey, was war denn das gerade von Dreckskuddelmuddel, ey. Das regt mich auf. Also ohne Witz. So ein beschissenes Kuddelmuddel. Ja, war doch ein bisschen Agro bei sowas. Und starte einfach. Hau ab. Verlasse mich. Verlasse das siebte Schiff. Genau. Da wird der Mörb ein bisschen grantig bei sowas. Ey, ich hab gerade eben gemacht, was ich konnte, ne. Und es war nichts möglich. Es war nicht möglich, das zu verhindern. Es war immer irgendwie ein neues, blödes Teil noch am Start, das mir auf den Sack gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo man die alle hinpacken soll, damit das hier funktioniert. Ah, wieder ein grünes Teil. Also das ist ja schon ziemlich heftig, was man machen muss. Den will ich seit Ewigkeiten ummunitionieren. Kann ich nicht. Ich hab keinen Platz dafür. Seht, du da hoch. Dich möchte ich hier nicht auch mal für irgendwas Sinnvolles ausrüsten. Machen wir mal rot. Du bist ja auch da, rot. Ja, komm, nochmal ein Harrier. Ach, der qualmt ja. Shit. Seh ich jetzt erst. Es kommt irgendwie gar kein Ding hinzu mehr, ne. Kommt mir vielleicht auch nur so vor, aber da kommt gerade irgendwie nichts mehr. Schon wieder so eine grüne Scheiße. Der qualmt. Den tun wir gleich mal aufräumen. Oh, das ist die letzte Welle gewesen. Boah, hin und her organisieren am Laufen im Wald. Was für ein Stress. Den kann ich hier gar nicht aufmunitionieren. Doch, könnte man sogar. Ne, kann man nicht. Kann man tatsächlich nicht. Pöpf. Oder? Äh, irgendwas kommt noch. Und ich weiß nicht, was es ist. Ein feindliches Flugzeug. Also das Einzige, was uns jetzt hier gerade eben echt aufgabe, war dieses Mega-Helikopter-Landeplatz-Pool. Aber ich glaube, ich hätte auch einfach gar nicht alle von den Teilen da hochholen sollen, weil ich habe gar nicht alle gebraucht, ne. Der eine da, der ist hier ohnehin schon die ganze Zeit völlig nutzlos am Rumstehen. Also ich glaube, die Hälfte jetzt auch getan. Landen mal, meine Freunde. Und wir haben es geschafft. Das war das Letzte, was wir abschießen müssen. Fertig oder nicht fertig? Nicht fertig. Warum nicht fertig? Ich weiß es nicht. Ich mache mal Platz. Ich glaube, da kommt noch mal eine Harrier. Wahrscheinlich muss ich alles repariert haben und erst dann geht es oder so. Ah, ne. Reicht schon. Boah, ey. Weder wegen so einem einzigen Treffer. Die volle Kanone, liebe Leute. Okay. Macht's gut. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.